Der gepflegten Unterhaltung. Ich spawne, ich spawne. Ich bin gerade erst gespawnt, du Wichser. Alter. Ich bin gerade gespawnt und mitten im Kampf. Ohne Witz. Spawn bei C. In Ruhe. Hier war eben einer. Ach, die kommen von hier. Stimmt. Da kann sie nix machen. Wir beherrschen das Schlachtfeld. Granate! Aus dem Weg! Alter Falter, ist das wieder intensiv gerade. Rücken wir hier rum vor. Ob wir da noch irgendwen abfangen können. Also wie ihn da. Okay, sie haben Count Dooku. Das ist aber nicht so schlimm. Oh, die Heldenbote darf jetzt verschwenden. Das würde ich überjagern. Ich wusste, ihr schafft das. Nächster Halt. Chaos und Zerstörung auf dem Dreadnord. Ich leiste Feuerschutz. Oh, die Macaroni. Wie gesagt, die sind sauer. Das hier. Die sind richtig sauer. Hm. Wir haben das letzte Einsatzziel erreicht, Jungs. Zerstört es. Dann können wir von hier verschwinden. Und wir greifen das Ziel an. Scharf! Kommt auf euch! Holy shit! Drüben. Nein. Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach sollten die wieder mehr Filme und auch Spiele in der Ära der Klone bringen. Sprich Star Wars, The Clone Wars. Alle drum und dran. Weil das, wie ich finde, irgendwie immer noch die coolsten und besten republikanische Truppen sind. Das ist... Kannst du dir erklären. Das ist aber einfach schöner als diese anderen, diese neuen. Ne? Das ist aber viel, viel schöner. Nice. Sehr nice. Ja, Freunde. Wir haben gesiegt. Na lange Zeit mal wieder. Ich würde sagen... Zu Hause ist es am schönsten, Jungs. Und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Zeigen wir den Klappergestellen, dass Camino nicht auf ungebetene Gäste steht. Ich bin gerade dabei, ein bisschen vorzuproduzieren, weil draußen jetzt langsam die Sonne ab und an rauskommt. Und die wird man dann auch gerne genießen. Die sind direkt hier. Da ist denn jemand. Vorsicht. Vorsicht. Was? Weil hier geht's lang? Das wusste ich gar nicht. Was man hier lang kann, ist mir echt neu. Okay. Wir haben Zielvisier. Krass. Wir gehen rein. Ich bin mein Meister Skywalker. Das war's. Wir haben oberen Kommando-Potten-Store. Gehne ihn, Mann. Achtung. Holy macaroni, Mann. Schau. Wir beherrschen das Schlaffeld. Das wollen treten Sie. Kommt zurück. Holy macaroni. Ich geh mal hier rum. Guck mal, wie der Kreis hier ist. Achtung. Macht so viele Unterstützer, wenn wir die Spawn starten, ne? Die kommen ja wirklich nicht raus. Aber das ist unser Heimatplanet, Kollege. Oh! Okay, mit Maul wird es vermutlich noch mal anders. Oh, Lee Macaroni. Ich habe noch nie so verängstigte Metallgesichter gesehen. Was müsst ihr richtig machen? Wir haben da auf dem All. Wir haben da vom Ohr. Achtung. Wie kann man sowas überleben mit drei HP? Oh, okay. Ah, jetzt haben sie einen Boss. Ne, ich bin hier, um dir zu helfen. Schön gesagt. Entspannt. Wir haben die erste Runde gemacht. Ganz schnell sogar. Achtung. Ich bin nicht dein Feind. Holy macaroni. Ich hab voll Bock, so einen Star Wars Marathon zu machen. Guck, sprich, wir gucken die ganzen Star Wars Teile, ne? Ich teile das dann auf Instagram, welchen ich gucke. Bann, ne? Das ist rum und dran. Aber das wäre halt schon echt nice, wenn man so einen Star Wars Marathon machen könnte. Was ist das? Granate! Setz dem Ziel weiter zu, Jungs. Gleich haben wir's. Letzter Vorstoß. Granate geboren! Hartz Maul ist hier. Konzentriert euch! Fall draufhalten. Nice. Briebus. Briebus? Oh mein Gott, doch mal. Sieg. Wir haben sogar überlebt. Alter! Na, in diesem Sinne, Freunde, Geflick, Mentalium, Werte und Kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bleibt gesund. Haut da rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.